Hi und herzlich willkommen zum September Release. Mit Shopware6415 erwarten dich eine verbesserte Darstellung von Variantenprodukten, mehr Einstellungsmöglichkeiten bei Image Slidern und ein neues Premium Theme. Natürlich gibt es dazu noch weitaus mehr, aber zu den genannten Features gebe ich dir in diesem Video schon einen kleinen Einblick. Also lasst uns loslegen. Beim ersten Feature geht es tatsächlich um die Darstellung der Variantenprodukte. Produkte kann es in verschiedenen Farben, Formen, Größen oder Materialien geben. In Vergangenheit war es aber für Kunden nicht ganz so eindeutig, dass es sich bei bestimmten Produkten um Varianten handelt. Wir haben hier lediglich den Detailbutton, aber keine anderen Hinweise darauf, dass dieses Produkt in verschiedenen Farben zum Beispiel erwerbbar ist. Das Ganze haben wir nun aufgebessert. Du kannst nämlich unter dem bestimmten Variantenprodukt unter Varianten und dann in der Storefront Darstellung nun auswählen, ob du Informationen zu der Hauptvariante angezeigt bekommen möchtest oder einer Single Variante. Klicke ich jetzt auf Single Variante beispielsweise, kann ich mir eine Variante des Produktes aussuchen. Farbe Blau, Größe M. Klicke auf Speichern, erneut auf Speichern. Wenn ich dann zurück in meine Storefront gehe, nach einem Refresh sehe ich dann, dass es sich hier bei dem Produkt um ein Variantenprodukt handelt. Die jetzt gerade im Listing ausgewählte ist dann die der Farbe Blau in der Größe M. Ich kann auch dann dieses Produkt von dieser Stelle aus an direkt in meinen Warenkorb legen. Das Ganze ist auch über die Mehrfachänderung einstellbar. Mit ein paar Klicks kannst du das dann für alle Produktvarianten vornehmen. Ein weiteres Update gab es bei dem Design für Dokumententemplates. Viele kleine Design-Updates und Fehlerbehebungen wurden von uns vorgenommen. Grundsätzlich haben wir alle Designs aktualisiert. Der Fehler, dass Logos und Anreden der Kunden nicht immer angezeigt werden, wurde behoben. Genauso wie, dass zu lange Einträge in einem der Felder zu Verschiebungen oder Formatierungsfehlern führten. Manchmal fehlten aber auch Firmeninformationen. Dies haben wir auch behoben. Zusätzlich haben wir nun erstellt, dass Umsatzsteuer-Identifikationsnummern angezeigt werden, wenn diese vorhanden sind. Außerdem wird nun ein Lieferdatum abhängig von der Dokumentensprache angezeigt. Eine weitere Neuerung ist auch beim Erstellen eines neuen Dokumentes, dass die Zuweisungskarte nun ganz oben ist. Wenn wir nun nach einer bestimmten Rechnung oder einem bestimmten Lieferschein suchen möchten, war dies in Vergangenheit nicht möglich. Wir hatten lediglich die Möglichkeit, hier oben im Suchfeld nach Bestellnummern zu filtern oder zu suchen. Ich habe jetzt gerade eine Bestellung angelegt mit einem Lieferschein mit der Nummer 5000. Das Ganze, also die ganze Neuerung, sieht nun wie folgt aus. Gebe ich die Nummer des Lieferscheins ein oder jedem x-beliebigen Dokument, finde ich jetzt direkt die gesuchte Bestellung mit dem beinhalteten Dokument. Das Ganze ist aber nur möglich, wenn ich in den Sucheinstellungen unter Bestellungen und dann hier unten die Dokumentennummer anhake. Klicke dann auf Speichern und schon ist dir das Suchen vereinfacht möglich. Etwas Neues gibt es auch bei den Erlebniswelten. Innerhalb einer Erlebniswelt kannst du Image Slider einbauen. Du kannst bei den Image Slidern nun präzise festlegen, wie dieser Slider funktionieren soll. Du kannst beispielsweise sagen, dass dieser Slider automatisch starten soll. Du kannst aber auch sagen, wie lange die Bilder bis zum Wechsel angezeigt werden sollen. Oder du kannst komplett eigenständig bestimmen, wie die Slide-Animation auszusehen hat. Mehr dazu findest du aber auch bei uns in der Dokumentation, wo dann auch die Details zu den Konfigurationsmöglichkeiten stehen. Das war es an dieser Stelle jetzt erstmal von mir. Die Dev-News und die Editions und Service-News findest du hier auf der Release-Seite. Wir sehen uns beim nächsten Release im nächsten Monat wieder und bis dahin wünsche ich viel Spaß mit der 6.4.15.